Wenn du etwas gegen Doppelkinn und für schönere Gesichtskonturen machen möchtest, stelle oder setze dich gerade hin. Rolle deine Schulter nach hinten und rücke sie nach unten. Lege den Kopf leicht in den Nacken, nur so weit, bis du eine leichte Dehnung am Hals spürst. Strecke die Zunge aus und deute mit der Zungenspitze Richtung Nase. Wir zählen bis drei. Eins, zwei, drei. Jetzt bewegst du die Zunge langsam von links nach rechts hin und her. Vergiss nicht, die Zungenspitze in Richtung Nase zu biegen, zumindest so weit es dir möglich ist. Mache die Übung etwa 15 Sekunden und nach einer kurzen Pause nochmal 15 Sekunden. Für mehr Tipps abonniere meinen Kanal.